Guten Tag, ich heiße Kozee Ando. Ich freue mich auf die Zeit beim FCR Tewisburg. Vielen Dank für's Zuschauen. Ich freue mich sehr und es ist eine Ehre für mich, in Europa überhaupt zu spielen darf. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass mein Bestes tun, um das FC Radiusburg für den Titelgeminen zu unterstützen. In drei wichtigen Spielgruppen, Champions League und Bundesliga. Ich weiß nicht, Pokal. 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 National Pokal. National Pokal. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Hallo Kozee. Du bist jetzt hier beim FCR in Duisburg. Ganz neu. Wir sind so deine ersten Eindrücke. Ich freue mich sehr. Wie fühlt ihr euch auf? Ich freue mich auf diesen 3 Titel. Ich möchte gerne im FCR drei Titel geben, zusammen und ich möchte gerne aus Deutsch schnell lernen. Ja, ja, man sieht doch nicht so. Man sieht doch nicht, wie lieb ihr euch habt. Und du? Ich dachte, du hörst den großen Futter an.